Das Ludwig ist an und ein Wolken. Kloivax. Vieira. Bekommt er den? Kopf und Tor. Zwei auf jeder Seite, also über mangelnden Unterhaltungswert können wir uns nicht beklagen. Ein super Tor! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alessandro Del Viero und da ist der Pass. Chance für Vieira. Und bitte, da ist Le Coruille der Schmuck. Der von Unterschied, Donnerwetter. Ist das ein langer Ball? Das ist sehr anständiges Präsidempje. Alter, Alter. Jetzt weitermachen, immer weitermachen. Schnauernas. Er könnte zum Tor ziehen. Und das Ding abgefangen. Jetzt kann das Luchse die Spaß. Aus Neude, fast für ein wunderbares Tor. Das ist jetzt schon ein komfortables Pulsfall. Aus dieser Entfernung... Alessandro Del Viero. Vieira. In die Gasse. Er hält auf. Er bringt ihn. Und sie setzt sein Meter. Von der Zeit. Er wird das nicht. Mit uns. Was? Gut aufgeroad. Das ist die... Was für ein Orlando. Ein absoluter... Vanderheilisch. Er springt hoch zum Kostball. Schieter ist drin. Sie sagen dem Gegner, du kannst den Ball kontrollieren, du kannst das Spiel kontrollieren, aber nur da, wo es uns nicht wehtut. Probiert's, Sandro Del Piero. Das ist Postgoals. Backhand macht er den. Del Piero, er trifft ihn. Ah, der ist unglaublich handlungsschnell. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch, also noch ein paar Worte von dir zu diesem Spiel.